Ja, nice. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren TFT Patch Notes Rundown, Dirty Version. Und für Dirty braucht man natürlich Manny, ich weiß auch nicht, woher das kam, aber ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Schön, dich mal wieder hier zu haben. Ja, ja, vor zwei Wochen hat es Manny ja da eingeschmissen, danke dafür. Jetzt bin ich wieder mit am Start. Heute tatsächlich, wir machen die Aufnahme ja quasi morgens kurz vor der Sommerfeier, also sehr, sehr spannende Zeit. Gleichzeitig haben wir allerdings auch einen sehr, sehr spannenden Patch. Also erstmal ist er huge as hell, das liegt aber auch an einem unter anderem System-Change. Aber vor allem ist er auch wahrscheinlich sehr impactful, obwohl Mordok tatsächlich in seinem Runner gesagt hat, dass er es nicht unbedingt erwartet. Glaubst du es schon eher, richtig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Level 8, Level 9, was wir vom letzten Patch kannten, für Eos Shin, noch krasser ausfallen wird. Von daher, es wird schon ein dicker Patch, to be honest. Ja, ich bin gespannt. Also, auf jeden Fall wird es Einfluss auf die Meta haben. Wir starten mal rein, ganz normal, ne, mit den Highlights. Und die Highlights sind schon keiner groß. Also, wir haben quasi bei den Buffs ganz, 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 ganz viel. Wir haben bei den Nerves ganz, ganz viel. Ich bin ganz froh, dass die Crowns ein bisschen genervt wurden. Assassin Crown, Revit Crown hatte, glaube ich, immer noch 72% Top-4-Rate in DIA+. Das ist halt, nee, that's a bit much. Adjusted Attack Damage, Rebalance. Da wurden die ganzen Three Stars genervt am Ende des Tages. Hätte man wahrscheinlich auch da reinpacken können. Aber lass uns direkt mal reinspringen. System Change. Kracks, geben wir jetzt mal ein Item. Ich glaube, darüber ist die ganze Welt glücklich, ne? Ja. Das ist eine gute Sache, ne? Ja, mega. Genauso wie Armour Retimers. Es gab ein paar Videos von mir schon, die Situation, dass am Ende des Tages man quasi lange überlegt, auszuwählen. Und auf einmal hat man einfach ein Item zugewiesen bekommen, weil es nicht ersichtlich war. Dann kommen wir zu den Large Changes. So, die haben wir tatsächlich eine ganze Menge. Am Ende des Tages beginnen wir bei den Trades. Cavalry wird gerade auch später im Level ein bisschen gebufft. Also gerade 5er Cavalry geht nochmal auf 25+. Ist das so aus deiner Sicht ein einflussreicher Change? Ich denke, 5er Cavalry ist deutlich zu stark jetzt, weil du hast halt vorher schon 100 Armour bekommen und Magical Resist und verdoppelst das direkt. Und es ist jetzt nicht so, dass du wie früher mit Bodyguard einfach nur Armour bekommen hast, sondern du bekommst beides. An der Stelle nochmal richtig knackige Werte. 250 nach dem Charge ist insane. Und Lilia ist aktuell sehr stark. Das heißt, so eine Cavalier Crown oder ein Heart oder ein Crest werden unglaublich contested sein. Sie sind jetzt schon sehr stark. Ja, vor allem hat es ja auch, also es gibt auch einfach viele Units, die sich sehr wohl damit fühlen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gegen Yasuo Cavalry gespielt habe, aber it's fun. Fangen gar nicht an. Jocobans kriegen mehr AP. Das heißt, der Helfert bleibt gleich, aber Riot möchte das was wie Lee Sin, Lee Sin mit Abstrichen Bully Bear und ich glaube auch Swain tatsächlich auch vor allem wieder auf 6 relevant werden können. Denkt halt, dass das der Base-Wert ist, der mit Star-Levins geht. Also da geht deutlich mehr raus. Tenant wird genauft, weil ich denke, das berechtigt nur einer der schlechtesten Assistenz im Game. Oder actually von den Coasters, der zweitsteckste Assistenz im Game. Und dieser Guild-Bonus war einfach extrem krass. Glaubst du, dass man sowas wie Guild, Xayah und andere Guild-Varianten weiterhin sehen wird? Ich denke, Xayah wird ja auch nochmal ein bisschen angepasst. Wird ein bisschen schwer, weil sie hatte schon sowieso eine schwere Zeit im letzten Patch. Das haben wir jetzt in mehreren kompetitiven Turnieren gesehen. Jetzt am Wochenende im Arcadia und auch bei der ESL-Meisterschaft. Xayah wird nicht so oft angefasst. Und auch mit einem dicken Highroll macht sie maximal Top 4, Top 3 und oftmals sogar nur Top 6, obwohl man gehighrollt hat. Ja, und dann wird es halt ein bisschen schwieriger mit einer Comp, die eigentlich sehr konsistent Top 4 war davor immer. Dann tatsächlich, glaube ich, Legend-AP-Consume geht nochmal ein bisschen runter von 40 auf 30. Ist tatsächlich so entscheidend in den meisten Situationen. Und ich glaube, am ehesten, ja, vorbei am Ende des Tages, muss man sagen, es ist doch nervig, weil alle drei mit AP am Start sind. Denkt aber daran, dass Dragonmancer auch ein bisschen gebufft worden ist. Das ist quasi wahrscheinlich der Nerf hier wohl in dem Moment, der ein bisschen mitgeht. Ja. Ja. Man muss dazu auch sagen, wie gesagt, ich habe mit ein paar Leuten drüber gequatscht. Und oben der Dragonmancer Base-Ability-Power-Buff ist halt deutlich größer, als man denkt. Weil, wie gesagt, wenn du 6er Dragonmancer spielst, dazu auch nochmal einen Swain, der aktuell noch sehr fein ist. Und oft, auch wenn er auf 3 ist, dann den ersten Platz besiegelt. Das ist schon ein bisschen zu doll. Weil, ähm, du hast zwar diesen Legend-Buff und du möchtest halt sagen, okay, ich spiele jetzt sowas wie Volibear. Und die teilen sich ja quasi Items. Du kannst QSS und Raid-Shield auf beiden unterschiedlichen Einheiten spielen. Und Swain sieht aktuell noch ein ganzes Stück stärker aus, to be honest. Ja. Als jetzt mit dem Legend-Buff. Ich finde vor allem auch, sie haben jetzt quasi gestern den Patch hier nochmal so ein bisschen nachgebessert gehabt. Und unter anderem wurde ihr Lease dabei noch genervt. Ähm, und ich verstehe es, ne. Man schränkt Volibear ein bisschen ein, Lease ein bisschen ein. Aber Swain ist auch das, wo ich am meisten Angst vor habe. Springen wir aber kurz über die Mirage-Trades. Critical Strike, Health-Percent-Threshold wird quasi verändert. Dafür wird allerdings der Critical Strike-Damage genervt. Das ist im Endeffekt kritiert ja öfter, aber weniger hart. Ähm, Mirage-Space-Word-Ability-Power wird vor allem, wenn man im Vertical, äh, hier gebufft auf den letzten, ne. Also 8 und 6 wird schon ordentlich gebufft. Äh, lag einfach daran, dass man meistens so viel gespielt hat. Äh, könnte mit Deja ganz witzig werden. Ähm, Tempest wird auf 2 genervt. Und zwar ordentlich. Da geht die Hälfte des Damage flöten. Auf höhere Stufe, auf 6 von 18, wird es allerdings gebufft. War ja auch ein Thema in Warthogs Rundown. Äh, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass das ein, dass es lohnenswert ist, Tempest 6 oder 8 zu spielen? Also es gibt so aktuell noch die Methode, dass man Early-Game Ezreal bekommt und dann ein paar Statics drauf spielt mit Gadget Expert. Und dann in Stage 3, 1 ein Reroll macht für Ezreal 3-Star. Zumindest 30 Gold, wenn man ihn da nicht hittet, dann rollt man nicht weiter für ihn. Und dann spielt man Ezreal, Qiyana, Lee Sin, Eoshen und so weiter. Man spielt dann 8 Tempest sogar, äh, wenn man die Option dazu hat mit dem Augment. Das heißt, es gibt aktuell Methoden, wie man das noch spielen kann. Gibt's übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal, hab ich auch geladen. Süß. Ähm, und das ist sehr stark. Also, 50% weniger HP. Ist schon insane. Ja, also ich glaube, das wird, äh, wird keiner, keiner weit werden. Äh, bei Warrior haben wir was Ähnliches, wie wir tatsächlich auch bei Mirage haben. Äh, es pockt jetzt zu 50%, aber dafür haut es weniger rein. Mehr Consistent und weniger harte One-Shots. Kommen wir zu den Units. Äh, Nami, Two-Star, äh, Nami als Two-Cost-Unit. Ähm, heilt jetzt deutlich weniger. Macht ja viel mehr Damage. Ich glaube, es war die einzige Option, es zu balancen, weil die Heilung war einfach immer noch disgusting in Mage-Coms. Und, äh, gleichzeitig haben wir jetzt Nami, äh, wieder mit Damage am Start. Ich bin gespannt, ob man ja wieder Items geben wird. Wird allerdings, äh, weniger mein, mein Guest des Patches, muss ich sagen. Also, ich glaube, Mages insgesamt sind keiner unbeeindruckt von den ganzen Changes, ne? Ja, ich glaube, Mages sind aktuell einfach nur das Sprungbrett für die letzten Devils. Aber darüber quatschen wir gleich. Ja, kommt ja noch ausschüttet so. So, Anivia, Mana-Buff geht rein, denkt halt, dass die gleichzeitig mit Legendal noch genervt wurde. Ähm, ist in Ordnung. Anivia hat einfach immer noch das Problem, dass ihre Wild absolute Kern-Drunk ist. Äh, aber zumindest macht sie die jetzt öfter. Dabei kommen wir zu den Fünf-Cost-Units. Und boy, oh boy, oh boy, what's happening here? Wir haben erstmal auch Redo-Zo, er kriegt 100 Health mehr. Er kriegt einen absolut insane Mana-Buff. Äh, also die erste Wild kommt genauso schnell. Die zweite kommt dafür allerdings deutlich schneller. Oh, der Black-Hole-Damage wird ebenfalls gebufft. Und gerade die Two-Star-Drakes werden in diesem Patch, äh, brutal stark. Äh, da geht einfach ein Damage-Buff, da reden wir über 50% mehr Schaden. Das ist schon absolut insane. Und, äh, der Black-Hole-Time-Until-Increased-Size-Damage wird auch um fünf Sekunden gebufft. Und die Implification aus der 15 Sekunden geht wenigstens ein bisschen runter. Ähm, ja, das liest sich ziemlich krass. Glaubst du, dass Aurelion Zoll tatsächlich ein Problem werden könnte im Patch? Also mein erster Eindruck war, Aurelion Zoll wird zu stark sein. Da habe ich mit einigen Leuten drüber gesprochen. Da haben sie gesagt, nicht nur zu stark, sondern absolut busted, broken. Aurelion Zoll in diesem Patch, oder letzten Patch, war nur ein Vorgeschmack darauf, was Aurelion Zoll jetzt ist. Er hat gestern bei der Aurelion Zoll-Meter den ersten Platz gemacht, mit eher so suboptimalen Items. Crazy. Und jetzt mit dem Buff, oh mein Gott. Also, es ist ein Aurelion Zoll-Meter. Es ist schon, ja, also, ich finde es schon ein bisschen sehr, sehr weird. Vor allem, weil, also, es stinkt wieder ein bisschen auf Hotfix. Ich hoffe einfach, dass die Zahlen sehen und es irgendwie fein ist, aber es wirkt von außen wirklich überhaupt nicht fein. Ja, da kommen wir zu Aurelion Zoll-Meter. Die 15 Sekunden tatsächlich. Wie bitte? Diese 15 Sekunden, die sind am schlimmsten, weil die, also du kannst sie halt paaren mit Tempest, mit, äh, mit, mit Ascension. Das heißt, du wirst sie nochmal richtig increaseen können mit Augments. Ja, es ist, I don't know. Es wird auf jeden Fall wild werden. Äh, bei Aurelion haben wir auch diese 100 health mehr. Wir haben den, äh, ein Damage, der auf Aurelion 1 genurft wird. Ich denke, das war auch berechtigt. Und die Mana Reduction ist nicht mehr 20, sondern 10. Das bedeutet, vielleicht darf noch eine Unit auf meinem Spielfeld ulten, während Aurelion existiert. Yay! Ähm, ja. Ich denke, berechtigt an den Lauf. Braucht man, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ähm, Shyvana, 200 health weniger. Das, äh, überrascht. Dafür allerdings mehr Armor und MR. Ja, und, äh, Flame Breath deals flat magic damage rather than percentage max health damage. Das soll so ein bisschen, äh, die Abkehr sein von, ey, Shyvana geht die Tanks fast into, ey, Shyvana geht actually auch deine Backline. Ähm, und Shyvana kann no longer be affected by crowdculture during your Divebound. Da gab's ein paar weirde Interaktionen. Äh, wie findest du die Änderung? Weil das war ja eigentlich vorher die Identität von Shyvana, ne? Ich denke, die Änderung ist erstmal sehr gut an der Stelle. Man muss dazu aber auch sagen, im Late Game eine Tankhost Unit, die bekommst du ja erst super spät. Das heißt, du hast noch überbleibsel an Items. Du hast selten, äh, Full Damage Items bekommen. Das heißt, du hast random im Late Game nochmal einen Rabadons bekommen. Oder bekommst dann Vamorgs, bekommst einen Titans. Also, nie genau das, was du brauchst. Und sie brauchte spezifische Items, um wirklich stark zu sein. Und jetzt sagt man, gib ihr Tank Items und sie wird Damage machen. Sie hat einen kernigen Grundschaden. Und das ist genau die Idee der Ender. Äh, bei Zoe wiederum haben wir's mit dem Nerf zu tun. Ähm, im Endeffekt wird sowohl das Mana genervt, als auch dieser Final Spark Damage, also die Luxe Ultimate. Daisy kriegt tatsächlich auf der zweiten Stufe dafür mehr Health. Und der Shockwave Damage von Daisy wird genervt. Äh, dafür ist sie halt eben ein bisschen tankiger. I don't know. Ist auf jeden Fall ein Nerf. Zoe war schon extrem stark, muss man sagen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Legendary die Double-Casten kann über Mage ist halt einfach immer gefährlich, ne? Absolut. Dann kommen wir zu den Items. Ähm, erstmal Deathblade Damage wird nochmal genervt. Also, wenn man so zurückdenkt, wo es mal war. Wir waren mal bei 100 AD auf Street-Stay. Jetzt sind wir bei 5 fucking 60. Ähm, ja. Ähm. Wir waren schon bei 70 AD auf Level 2. Ja, ist also wirklich krass. Ähm. Das Radiant ist jetzt quasi so wie das normale vorher. Huh. Yay. Kind of wild. Also, ich würde es, ich glaube, ich würde es nicht mehr wollen. Ich finde, der Giant Slayer ist in den meisten Situationen eh ähnlich geil, ne? Das würde ich auch sagen. Ich finde ihn deutlich besser, to be honest. Ja. Das gibt so wenig Situationen. Naja. Aber da kommen wir später noch zu, weil die ganzen Street-Star-AD-Werte werden ja auch geändert. Morellus kriegt mehr AP. Morellus, Morellus, Morellus kriegt noch mehr AP, mehr AP, AP. Und, ähm, Thieves' Close odds of getting better Item-Combination at Level 6 and higher have been increased. Das ist actually ganz süß. Seien wir mal ehrlich, die Item-Combination, die ich hab, so meistens. Shit. Ähm, ja. Dann kommen wir zu Augments. Da würde ich auch einmal kurz rüberfliegen. Crew Packed wird reworked. Ähm, es kostet jetzt 6 Health statt 4 Health, XP zu kaufen, aber dafür Restore zu 3. Das ist ein huge Change, weil es war tatsächlich der zweitschlechteste Augment im Game. Ich hab ja tatsächlich erst vor, boah, ich glaub, 2, 3 Tage oder so eine Runde damit hochgeladen. Und da bin ich 4zer geworden und war so, ey, geil. Huh, das war aber eine gute Runde. Weil du warst... Das ist nicht riskant. Ja. Ja, du warst halt abhängig auf den Soraka-Hit. So, das ist halt auf Level 7 kein Insane. Ich denk, das ist eine gute Änderung. Am Ende des Tages kann man dann ein bisschen seinen HP managen. Ja. Schauen wir mal. Äh, Devastating Charge. Das ist quasi, wenn du Cavallaries machen mehr, ähm, mehr Damage. Das Witzige ist, dass Augment hat auch ein Scaling mit der Armor und der Meer. Das heißt, dieser Armor und der Meer-Buff hilft dem auch. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Devastating Charge actually ziemlich gut sein sollte jetzt. Ähm, bin ich gespannt. Ich denke, es ist aktuell sowieso schon recht stark im Early-Game. Ja. Es ist forstig halt logischerweise Cavalier spielen zu müssen als Frontline. Ähm, aber dann ist es auch sehr stark. Ja, und das ist ja auch... Also, spielt ja meistens auch ganz gerne, ne? Ähm, Gadget Expert Bonus Damage geht runter von 40 auf 33. Das war, denke ich, abzusehen. Äh, das ist das, wo du ein Static kriegst. Static ist ein hartes Windstreak-Item. Du kriegst das und es macht mehr Damage. Du Windstreaks, big surprise. Äh, denke ich, ist immer noch fein. Äh, Gear Upgrade kriegt von 200% auf 250. Heroic Präsenz, Max-Helf-Präsenz Damage. Das ist quasi das, was mit Guardians geht. Ähm, dass Guardians quasi, wenn sie gehittet werden, ihren Damage wiedergeben. Ähnlich wie beim Mirage. Äh, geht ein bisschen hoch. Loons Echo Damage wird genervt und das überrascht mich gar nicht. Ich hab mich ja letztens... Äh, ich glaube, in den vorletzten Patches oder so schon darüber aufgelassen, dass ich glaube, dass Loons einfach unbalanceable ist. Weil Riot am Anfang einfach versucht hat, Loons so zu machen, dass es kein Bait ist, wenn du es nimmst, wenn du nicht Mage spielst. Ähm, aber dadurch ist es halt immer Broken Mage. Und das ist jetzt die Anpassung aus meiner Sicht, die einfach dafür ist, jetzt ist es balanced im Mage. Und in allem anderen ist es Astro Bait. Nehmt es niemals so. Also, das Ding ist an der Stelle ist einfach, man könnte sagen, okay, die Mages proggen das nur einmal und dann erhöhen wir den Damage. Ja. Ist doch alles rein. Ich glaube, beim Coding ist es dann ein bisschen schwer, das so anzupassen, weil es ist ja ein vollwertiger Spell bei Mages. Ja. Ja, ich glaube, das kriegen sie einfach nicht hin. Die Technik ist nicht da. Aber es ist schon, also auch der Nerf ist insane heavy so. Also, das ist ja je nach Stage, ne, nicht irritieren lassen. Aber, I don't know, ich bin schon sehr, sehr skeptisch. Ähm, Rinko Shepard's Damage, das ist Cannoneer, von 50 auf 33%. Es hat, wartet sich jetzt mal ein recht starker dieser Comp. Rackless Spending, ha, ja, also im Endeffekt ist es Buffs, Shimmer Scale, Champions, der David Shimmer Holding, Shimmer Scale Items. So, ob wir es gebufft haben, ist maybe gut, aber der Damage geht auch wieder runter von 50 auf 40. Hatte früher eine ganz schlechte Winrate, mit den ganzen Shimmer Scale Varianten, die wir jetzt sehen, ist es vielleicht stärker. Aber ich bin da immer noch kein Fan von. Ich geh da komplett mit. Ist auch einfach viel zu schwierig. Assassin's Crown, finally, nicht mehr Infinity Edge, sondern Hand of Justice. Das ist sehr, sehr wichtig, weil bei Assassin's Crown kriegst du Assassin's Emblem und Infinity Edge. Und wenn du dann auch in Olaf hast, dann kriegst du quasi in den Zinsen und Sternchen für Top 2 Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch. Also, du hattest halt literally eines der stärksten Organs, die überhaupt existieren. Das heißt, das beste Emblem, vielleicht das zweitbeste. Und dann bekommst du nochmal das beste Assassin-Item, was überhaupt existiert. Also, come on. Das ist schon crazy, ja. Also, fehlt nur noch, dass du einen Olaf dazu bekommst. Fände ich aber fair. Cavendale Crown gibt jetzt nicht mehr Sunfire, sondern Redemption. Actual Redemption ist im Murder Game auch ziemlich gut. Das heißt, ja, klar, Nerf. Aber wenigstens immer noch ein Item, wo man nicht kotzt. Guardians kriegen dafür jetzt einen Sunfire. Das ist, denke ich, absolut in Ordnung, weil, mal ganz ehrlich, Guardian Crown ist schon sehr risky zu nehmen. Also, wer will schon gerne sechs Guardians spielen? Ähm, außer für Videos. Äh, Reveal Crown gibt jetzt kein Static mehr, sondern einfach gar kein Item, weil es so bad shit broken war, dass es wahrscheinlich immer noch gut ist. Äh, denkt aber dran, ihr seid ja in einer Prismatic-Lobby, ne? Das heißt, wenn ihr kein Item kriegt, dann solltet ihr relativ schnell zumindest eine Anivia hätten, um das Beste aus Reveal rauszuholen. Scales Concord kriegt kein Giant Stay mehr, sondern Head of Justice. Das ist actually fine, weil der Giant Stay an der Scalic-Lobby-Comp äh, Scalic-Lobby-Comp anyway nicht so strong ist. Also, es ist kein bestes Slot-Item für irgendwen. Und Head of Justice finde ich persönlich besser. Also, ich fände am liebsten einfach ein, einmal ein BT und dann ist gut. Ja, why not? Oder Ionic, weil du ja Magic damit... Ja, okay, das wär super smart. Das, das wär richtig smart. Aber andererseits wär's auch super strong. Also, vielleicht. Ja gut, du sollst ja eigentlich auch stark sein. Das ist ein Prismatic-Organ. Ja, 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 nee, geb ich dir. Schimmer's Gate, Soul. Grants of Cain, Grants of Volibear. Das ist ein riesiger Change tatsächlich, muss man sagen, weil die Three-Course-Hülle zu kriegen am Anfang ist am schwersten. Und jetzt hast du einen Volibear. Das ist schon mal die halbe Miete. Den Cain kriegst du anyway. Und da sind wir bei der Tempest-Crow. Du hast es eben angesprochen, die Variante mit vielleicht 8 Tempest wird jetzt attraktiver, weil statt Hand of Justice kriegst du Static. Und wir hatten's schon angesprochen mit Ezra Re-Roll im Early-Game und dann Into, du behältst den und so weiter und Late-Game-Action. Also an der Stelle kann man auf jeden Fall in die Richtung gehen. Das ist super, super insane. Ich bin echt gespannt. Vor allem, weil Tempest, glaube ich, bis jetzt von den Augments eher weirde Win-Rates hatte, ne? Ich glaube, das war nicht so mega sick. Also ich glaube, das würde mich freuen, wenn wir das ein bisschen sehen. Das ist ja auch immer die Idee. Es sollen ja auch coolere Dinge dabei sein. Jetzt sind wir bei den Small-Changes und die sind teilweise gar nicht so small. Gehen wir erstmal zu Astral 9. Item-Communiment-Drop-Frequency geht von 30% auf 75%. Ich meine, wer 9-Astral spielt, ist doch Leiterprobe, ne? Wobei, Aurelion ist jetzt busted. Maybe geht's anyway. Also, 5-Astral spielt die ganze Zeit 9-Astral, wenn möglich. Und gestern auch in der ASL-Meisterschaft. Ah, what the hell really? Absolut. Also fast 8. Noch nie so schnell fast 8 gesehen, aber er hat's gespielt. Krasser Boy, Alter. Okay, ich bin gespannt, ne? Ja gut, 5-5, ne? Legende. Guardian-Shield-Health-Ratio geht quasi hoch auf 4 Guardian und auf 5, aber auf 6. Aber 6, wie gesagt, sehr hard to play. Jade startet und Bonus-Attack-Speed wird genervt auf der ersten Variante, was gut ist, weil Jade 3 hat man einfach in alles reingespielt. Und das ist, finde ich, absolut fein, dass es nicht ganz so strong ist. Absolut. Geh ich komplett mit. Ist das 9er-Jade, was da gebufft vor dir, ne? Ja, 9. Alter. Es sind keine Riesen-Buffs, to be honest. Also, 12er-Jade hast du gefühlt nie zusammenbekommen. Hab ich auch noch nicht einmal gespielt. Hab ich auf dem PBE mal gehabt und gar nicht appreciated, weil ich gar nicht wusste, wie krass das ist. Ja, ich hatte's noch nie. To be honest, noch nie. Also, da brauchst du so viel dafür. Gibt es 9 oder 10 Jade-Units? Wenn's 10 sind, dann brauchst du noch zwei Embleme. Ja, es ist schon sehr, sehr schwer. Du hast aber eher immer das Problem, dass du Hard brauchst, ja. Weil du hast einfach nicht genug Q. Slop. Naja. Rebel Firecracker Damage geht ebenfalls runter. Dadurch wird Rebel Crown jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen schwächer, ne? Denk dran. Und das ist übrigens auch gleichzeitig ein Corki-Nerf, der hier nebenbei mit reinfliegt. Skate's Gone wird auf 6 nochmal gebufft. Ich dachte tatsächlich, dass es vielleicht eher genervt wird, auf 4 war, dass es schon ziemlich strong war. Und Lilia haben wir auch keinen Change gesehen. Das heißt, Skate's Gone Action immer noch sehr, sehr gut. Oh, wobei Olaf wurde beerdigt, ne? Den hab ich ganz vergessen. Ja, ja, ja. Aber am Ende des Tages, ich geb jetzt viele Beispiele aus der ASL-Meisterschaft, aber es ist gestern erst passiert. Da wurde halt von, ich glaub Tobias, Lilia 3 gespielt und Diana 3 und der hat einfach einen zweiten gemacht. Und ohne Olaf. Olaf hatte nicht mal Items, das war Level 1. Ja. Ja, ich denke, das ist es auch am Ende des Tages. Spielt einfach Lilia statt Olaf. Macht eh mehr Spaß. Bonk, bonk, bonk. Ip, ip. Ja, es ist einfach wunderschön. Ash bekommt ein bisschen weniger Attack-Speed, dafür ein bisschen weniger Mana-Kosten, sind wir mal ehrlich, die Unit ist eh scheiße, aber sie slowt zumindest in Attack-Speed. Ip, ii, lau, her health geht um 50 runter und der Mana-Nerf auf Sidus, das bedeutet, die erste und auch die zweite Ultimate kommt ein bisschen später und das tut durchaus weh. Bei 130 Mana ist schon echt viel, holy moly. Ja. Er ist aber Ende des Tages trotzdem ein Frontliner. Das heißt, er wird ulten, aber jetzt dadurch, dass Nami auch angepasst wurde, weniger Healing, und seltener Ulti, das wird ein bisschen schwer für Sidus. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass die Mage-Comp nicht mehr nur über Sustain gewinnt und ey, guck mal, wie Sustain hat so lange, bis Rise eine Billion Kugeln hat, sondern jetzt muss man auch mal wieder Damage haben. Das sind wir bei Idas. Idas bekommt auf der Damage Reduction auf 2-Star einen kleinen Buff und der Save hier steigt ebenfalls auf 2-Star um nochmal 50. Ähm, Siphon. Ähm, After Charging, no longer can be dodged. Das ist absolut crazy. Also, ganz ehrlich, wie oft ich gesehen habe, dass ich mit einem Siphon in ein Seil reingechargt bin, durch QSS-Dodge, den Biss durchbekommen habe, aber er kein Damage gemacht hat und am Ende des Tages Siphon die Federn rangezogen hat und mein Siphon tot war, gäh, nervig. Oh, Siphon Charger zu 2.5 Hexes, das war quasi ein Two-Tip-Bug. Das erklärt so einiges im Nachhinein. Naja. Ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube tatsächlich, das ist ja hier eher so, ey, guck mal, ja, wir haben eine kleine Änderung an Siphon, aber ich glaube, es ist ein huge Buff-Action, ähm, weil du am Ende des Tages halt eben nicht mehr ANG-mäßig Enemy-Carries nicht killst. Auch Shen insgesamt. Oh, true. Es war ja auch ein dicker Counter zu ihr und an der Stelle wird es zumindest auch rausgenommen. Ja, crazy. Äh, Pike kriegt 10 Armored mehr mehr. Äh, okay. Er hätte auch einen HP-Buff letzten Patch, ne? Er wird langsam Tanks, sagst du? Ja, so sieht es aus. Frontline-Pike, meine Damen und Herren. Ja, nee, aber es ist natürlich schon ein bisschen besser als... Er springt ja in die Frontline, muss man sagen, ne? Ja. Wenn er die Backline erstmal getötet hat. Also, ja. Ansonsten, bei den Items, Animal Visage ist no longer unique. Es ist relativ schwer, also wenn du über Living Fort 2 bekommst und es aufs selbe klatschst, ist es glaube ich schon sehr, sehr witzig. Ähm, Infinity Force no longer unique kann du in Sektor. Also, ne, obviously super selten, aber für uns YouTuber auf jeden Fall nicht. Äh, äh, Afka kann no longer move Items while Afka is active. Also müsst ihr das vorher schon gemacht haben. Best Case, denkt dran, wenn ihr Afka nehmt, die linke Unit bei euch auf der Bank kommt als nächstes rein, wenn ihr Level 4 hattet. Das heißt, das könnt ihr vorbereiten. Ihr könnt nämlich die Augment Auswahl einmal wegklicken, dann eure Bank positionieren und dann Afka nehmen. Ähm, Elektrocharge wird ein wenig genervt. Ich denke, das war auch okay. Äh, in Later, oh, in der letzten Stage wird's gebufft, das hab ich nicht gesehen. Ja, das ist halt nicht so doll, muss man sagen, am Ende des Tages. Also tatsächlich, dann keiner will immer. Also bei Stufe 3, ja, bei Stufe 1, nicht wirklich doll. Hm, okay, ähm, Elektrocharge 3 wird ja auch nur gebufft, das hab ich gar nicht gesehen gehabt. Jetzt auch da wär's genervt. Na gut, schauen wir mal. Es war schon sehr stark, to be honest, also du hast schon ziemlich Windstreak damit. Also ich fatt's auch oft geil, aber ich spiel auch, ich spiel auch, ähm, wenn ich Elektrocharge hab, spiel ich in Volibear rein. Hm. Und das ist halt insane, so. Das fühlt sich sehr geil an. Äh, in einer Cups weiß ich nicht genau. Also ich glaub, in so einer Mage-Cup oder so hast du einfach zu wenig Frontliner, um das Worf zu machen, aber am Ende des Tages, äh, checkt's mal aus, Elektrocharge 3 könnte ganz witzig sein. Featherway 3 kriegt mehr Move bedeutet Tech Speed, was auch daran liegt, dass die Units, äh, eben genervt führen, aber dazu kommen wir gleich noch. Hier wird Lotus-Groote Strike Chance erhöht sich auf 25%, was nice ist, to be honest. Und... Mates wurden genervt. Äh, ja, true. Und Dragons can unlock only to find the other... Oh boy. Das ist ein crazy Nerf. Ich find's okay, also du kannst nicht verargumentieren, dass es so gigabroken ist, wenn du ein 3-Cost-Unit auf 2-Star hast. Ja, ja, also es ist absolut badger, Brokner gewesen. Äh, absolut richtig. Ähm, das wird aber die Winrate des Augments hart hitten. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja. Ich mein, wie oft hast du das aus Meme-Gründen mitgenommen? Ja, whenever I can, ne? Also, für Videos super gerne, aber wenn ich competitive spielen würde... Ja, wenn ich zähle, bis zum Mond, ne? Also, ich hab ja, ich hab ja einen guten Spatulab-Qualifier, hab ich ja aus dem Rekorbulator, Hika und Xayah gehittet. So, das ist ja... Well. Ja. Und das ist ja noch nicht mal ein Drake, der tätet. Der kommt ja noch. Oh, ich hab auch Ida's gehittet. Ja, es war schwierig. Äh, Trade Sector, äh, von 5 auf 8, ist generell ein Augment, was sich immer gut anfühlt, aber was Weird Macy ist ja Actually Bad. Das, ähm, ja, ich spiel's immer noch ganz gerne, weil's gerade in Astral halt sehr, sehr gut ist. Ist wieder so ein Augment, in Astral ist es halt besser als in allem anderen, ne? Ja. Ähnlich wie Mages und Ludens, also... Macht mir Angst. Das ist schon krass. Und jetzt kommen wir zu der großen Änderung, meine Damen und Herren. Ähm, jetzt seht ihr nämlich hier, dass es einfach jeder verdammte Champion in diesen gottverdappten Game angepasst wurde. Aber lass uns einmal nur darüber reden, was quasi am Ende des Tages die Idee dahinter ist. Ähm, prinzipiell ist es so, wenn du einen Base-Wert hast von AD, sagen wir, du hast auf One Star, äh, 100 AD, was hoffentlich kein Champ hat, aber sagen wir mal, du hast 100 AD. Da hast du auf, wenn der auf Two Star geht, erhöht sich deine AD um 80%. Das heißt, dann hat er 180. Wenn der jetzt Three Star wird, ist allerdings von diesen 180, kriegt der nochmal 80%. Was keiner crazy ist. Und jetzt wird dieser Wert auf 50 reduziert. Wie stehst du dem gegenüber oder was glaubst du, sind die Gründe dafür? Äh, wir haben aktuell Astral und wir haben auch super viele Einheiten, die wir auf drei machen. Wir haben ja Swain auf drei. Äh, wir machen ja in der Regel Olaf auf drei, Lilia auf drei, Tiana auf drei, Wladimir auf drei. Ich kann bis morgen weitermachen. Wir machen super viele Einheiten in dem Set auf Level drei. Und das ist ein bisschen zu doll. Ähm, er hat in seinem Video auch das Beispiel gegeben mit Katharina, dass sie auf Level drei einfach durch diesen AD Star Scalings mit All Detect schon unglaublich viel Damage gemacht hat. Und das kann man ja auf alle anderen Einheiten Appline und AP Einheiten sollen ihre Identität behalten und durch AP glänzen und AD Units sollen am Ende des Tages nicht zu doll scalen. Ja. Und ich mein, die wäre, im Endeffekt soll das Meister davon Power Neutral sein. Das heißt, viele wurden quasi auf anderer Seite gebuft. Nehmen wir jetzt einfach mal Heimerdinger hier als Beispiel. Der verliert quasi 40 AD, was crazy ist und kriegt dafür allerdings auf höchster Stufe 25 mehr AP Damage. Das heißt, ich denke mir, Power Neutral ist das doch in no means. Weißt du? Weil er macht 5 noch nicht mehr, aber er hat 120 Mana Kosten. Das heißt, er muss gefühlt 8 Mal attacken bevor er was macht und dafür macht er dann einmal 25 mehr Damage. Weißt du, wie ich mein? It's not it. Ja, das ist halt ein bisschen zu doll, muss man sagen. Alter. Aber 25 ist wirklich wenig, muss man sagen. Also, wenn das jetzt irgendwie 100 mehr, würde ich mehr Crit Heimerdinger sehen. Aber Aber auch bei Vladimir ist genau dasselbe, ne? Verliert 40 AD, kriegt 25 mehr AP, äh, mehr Damage. Aber ich bin echt gespannt, ey. Wie du eben meintest, die meinen, das neutral ausgehen wird, aber ich weiß jetzt schon, dass einige von denen super broken sein werden und andere komplett useless. Ja, wollen wir alle durchgehen oder wollen wir Beispiele nennen? ich meine, also, wir können ja wirklich die dominantesten One-Cost-Units mit rausnehmen. Dann nehmen wir mal Nidalee, beginnen wir mal da, ne? Genau. Nidalee, vielleicht sollte man einfach als Item-Trailer drüber reden auf Level 2 und dann einmal über die Level 3 Version. Level 3 Version fällt komplett aus der Meta, könnt ihr nie wieder spielen. also das ist viel zu doll. Du hast ja 38 AD, die sie verliert. Ja. Never. Also. Und gleichzeitig ist Deathblade ja auch genirft und sie war ja wahrscheinlich noch der beste Holder. Also das ist schon viel zu doll und auf Level 2, denke ich, ist es immer noch okay, sie als Item-Trailer zu nutzen mit Raid-Split oder sonstiges. Ja. von daher, that's not true. Und bei Senna, da bist du anderer Meinung? Ja, ich glaub, insgesamt Senna hat mit ihrem Spell sowieso geglänzt und wenn sie jetzt Level 2 ist und zumindest den Damage dadurch bekommt, ist es okay, denke ich. Also, weil auf Level 2 ist der Nerf erstmal nicht zu doll, das sind 2 AD, das ist nicht doll und der Spell würde um 25 AD, äh, 25 Spell Damage erhöht. Ja. Ja, ich glaube, Senna ist jetzt schon sehr stark und das macht sie noch ein bisschen stärker. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die, der 2 Ways, muss ich dir mal Shoutout geben, der ja tatsächlich Senna Reroll im letzten Patch schon ein bisschen gespielt hatte oder im Patch davor, aber ich weiß schon gar nicht mehr in einer Zeit verfliegt. Bin ich gespannt, ob der quasi in die Richtung weitergeht. Aber ich glaube, das wird spannend, finde ich good point, hatte ich tatsächlich selbst nicht auf dem Schirm. Sekunde, ich sehe gerade im Chat, die Leute sagen, der hat mehr AD jetzt, äh, der hat actually mehr AD, ist white, ne? Habe ich ja gerade komplett ausgeblendet, ich hatte es andersrum im Kopf. Ja, aber, ich spiel Senna, Leute, ich spiel Senna. Ich bin gespannt. Ja, da hat sie uns über Two-Store reden. Boah, gibt es der Ausreißer? Ah, lasst mal Lilia sehen. Finde sie Adi verloren. Oh, wow. Okay. Sie verliert schon ein bisschen was. Aber es ist okay, ich finde, sie ist aktuell schon ein Stück weit zu stark und man spielt sie sowieso nicht auf Crit, von daher sind das einfach die, also, es ist fein mit ihrem Itembild, den sie jetzt aktuell hat. Ja. Okay. Tristana, die leidet auch darunter, ne? Ziemlich doll sogar. Tristana verliert unglaublich viel. Also auf zwei kannst du sie gut als Itemträger immer noch nutzen. Sie ist quasi stärker auf Level zwei. Beziehungsweise ist sie genau gleich. Wait, auf zwei ist sie genau gleich. Von daher spielt sie auf zwei als Itemträger und später gibt die Items of Corki. Das sollte man nicht sein. So haben sie ja eh die meisten gespielt. In China wurde ja sehr viel diese Guardian Canonia Rerule Comp gespielt mit Tristana 3. Yes. Aber die habe ich in meinen Ranks eben nicht gesehen. Gibt es hier noch einen, den du herausstellen willst oder springen wir zu 3 Star? Fertion. Fertion sieht ziemlich stark aus. Also der Spell Damage ist absolut in die Höhe geschossen. Hier auf Level drei von 200 auf 225. Man muss hier überlegen, dass er, er macht ja Bonus Damage pro Order Tag und er spielt Rageblade. Das heißt, diese 25 oder Magic Damage extra bekommst du ja 100 Mal durchgeführt im Fight. Ja, ja, bin ich gespannt. Er verliert auch nicht so viel da. Den ist sind halt 24. Ja, schau mal, ne? Du warst auch nie abhängig von seinen AD, sondern hast Rageblade, BT, QSS, solche Sachen. Seine Jackspeed eher entscheidend. Das ist schon true. Okay, das sind wir mit den Three Stars. Ja, also nur so, vergleichen wir sowas wie Diana. Die kriegt 10 Damage mehr auf ihr Cascade Damage, verliert dafür allerdings dann halt eben doch einen hohen AD-Wert, was gerade für Assassin's halt hart ist, weil die über Infinity Edge halt natürlich auch mal reinkritten. Also alles, was auf Crit gespielt wird, leidet schon hart dadurch. Absolut, würde ich komplett mitgehen und das Spell Damage, das wird nicht kompensiert dadurch. Ja, glaube ich auch nicht. Also diese 10 Spell Damage, never. Ja. Da gibt's auch einige, wo halt quasi einfach gesagt wird, ey, guck mal, du verlierst AD, aber wir verändern halt deine Uld nicht, also da gibt's ja ganze Menge von, gerade in dem Bereich. Ähm, ich will noch einmal kurz auf Anivia eingehen, weil der 50 Magic Damage Buff ist schon relativ hoch, wenn man daran denkt, dass auch ihr Mana gebufft wurde. Ähm, ja, wie gesagt, Legend haben wir im selben Zug genervt, das heißt, ich bin mir nicht so sicher, wo der Champ steht. Ich find Anivia Carry eh immer scheiße, weil die Uld sich einfach so kacke anfühlt. Ja. Aber so rein von den Sets hier ist sie ganz okay dran. Aber ich glaub, da hat man halt irgendwann gesagt, okay, äh, Anivia, wir sind am Ende, wir sind kurz davor, das zu veröffentlichen und jetzt Anivia noch umzuändern, dauert zu lang. Sie wissen schon, dass sie ein sehr schlecht gecodeter, äh, äh, Champ ist. Also quasi von der, äh, äh, Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass einer der Champs, wo sie schon wissen, dass der beim, beim Mid-Season-Patch rausfliegt, so. Also, ich, ich würde mich schon ärgern, wenn ich Anivia dann nochmal sehen muss, 7.5, dann wäre er. Wir nehmen ja auch immer kleine Traits raus und Legend ist ein super kleiner. True, ja. Da sind wir bei Olaf, ne, und ich denke, darüber muss man nochmal reden, der verliert, äh, genauso viele Arte wie Nidalee, glaube ich. Ah. Ja. Das ist auf jeden Fall. Rackless Attack Speed wird auf höchster Stufe gebufft, auf allen davor genervt, äh, ne, nur auf der ersten genervt. Ja, glaubst du, Olaf existiert noch? Es wird auf jeden Fall noch Leute geben, die ihn spielen. Aber, vor allem, weil man ihn als Assassin gespielt hat, tut's halt richtig weh. Ja. Und er wollte ja immer kritten, kam in die Backline rein und wir haben die letzten Tage im Competitive Play gesehen, dass er im Early Game sehr stark ist, im Mid Game auch sehr stark ist und im Late Game können die Leute easy gegen ihn aufstellen. Ja, das ist ja generell das Problem, wenn du weißt, du spielst gegen einen Assassin, dann hat der Assassin selten Spaß. Und, äh, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann kommen wir zu Vorkostunits, die müssen wir ja generell über ein paar reden, ne, ähm, also einerseits sind wir natürlich interessiert bei sowas wie Corki, das ist schon ein ordentlicher Nerf. Da sehen wir allerdings auch, dass, äh, der, der Damage jetzt eben Ramp-Up hat, das heißt, Corki 1 ist schwächer, Corki 2 kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich ähnlich stark sein wird als vorher. Ähm, vor allem, weil halt diese Big One Attack Damage Ratio nochmal hoch geht, aber denkt dran, der Ade geht runter, also. Ist halt schwer einzuschätzen, ne, sie sagen halt, das ist Power Neutral, I don't know, maybe. Ja, das Ding ist, die haben halt die ganze Zeit versucht, Cannon hier zu buffen, das heißt, er soll ja öfter Order Attack und jetzt sagen sie, nein, benutze ein Spell öfter. Ja, true. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so konsistent. Ich glaube, der ganze Trade fliegt ja noch so ein bisschen um die Ohren. Ähm, ja, bei Talon, äh, würde ich einmal kurz drüber reden, weil der ja auch, äh, ansonsten nochmal hart genurft oder als Utility Unit, ne, ähm, da geht die AD natürlich auch runter, denkt, er spielt auch Infinity Edge, aber der AD Nerf ist, also auf höchster Stufe absolut erzählen, aber auch auf der zweiten schon 18 AD zu verlieren, das ist schon heftig, äh. Ähm, man muss ja auch sagen, wenn man normalerweise an Patchen Nurs rangeht und wir haben super oft jetzt schon Patchen Nurs Rundowns gemacht, äh, wenn sie AD nerfen, dann ist, ist es immer in kleinen Schritten mit 5 AD. Ja. Wenn es riecht, dann geht die Schlimm läuft, 10 AD, wie einmal bei Draven oder einmal bei Olaf, ähm, und jetzt haben die direkt 18 AD, das ist schon ein Auer. Ah, das tut schon ordentlich weh. Äh, Xayah auch 13 AD auf Stufe 2 verloren, ähm, der Damage Parfaiter wurde jetzt doch gleich gelassen, da gab es ja auch ein bisschen Diskussionen drüber, ne. Ähm, glaubst du, dass Xayah noch ein Ding ist? Ich glaube, sie war vorher schon kein Ding mehr, also so richtig doll und jetzt fällt sie so ein ganzes Stück raus, also, sie wird eine schwere Zeit haben, wobei, andererseits muss man sagen, die Assassins wurden genervt und sie ist ein Rage-Wing, das heißt, sie kann sich höchstwahrscheinlich gegen die Assassins hochheilen. Äh, ich hatte es gestern und auch die letzten Tage im Stream schon gesagt, ähm, wir können hier viel spekulieren und wir können hier von Zahlen reden, aber am Ende des Tages, es ist eine riesen Kettenreaktion. Xayah wird ordentlich genervt, weil letzten Patch nicht besonders toll, Assassins werden aber auch genervt. Kann sein, dass Xayah die absolut stärkste Einheit im Game wird. Ja, ja, ist true. Also, ich bin, ich bin gespannt. Es sind einfach so viele Changes am Ende des Tages, ähm, ja, 5-Cost, können wir mal beispielsweise Yasuo einfach nehmen, äh, weil der verliert auch 17 AD auf Stufe 2, auf der ersten bekommt er allerdings 5 mehr, äh, das heißt, er ist natürlich einer von denen, denen es relativ egal ist, weil Yasuo einspiels geführt in jede Comp rein, Yasuo 2, verliert zwar 13 AD, äh, nee, warte mal, was hatte ich gesagt, 18, ähm, aber bekommt dafür 25% AD, äh, Attack-Dimension-Ratio obendrauf, das heißt, er ist einer von denen, wo ich wirklich glaube, dass es Power-Neutral ist. Ja, ich denke, Yasuo ist so, ich meine, es soll, er soll stark sein, er ist eine Legendary und ich denke, es ist wirklich neutral und ich meine, ich glaube sogar, dass es ein ganzes Stück stärker ist, to be honest, auf Level 2. Ja, vor allem dadurch, dass halt alle anderen auch einfach genervt sind, weißt du, und, also, es gibt ja noch dazu. Ja, Yasuo ist schon, meiner Meinung nach, stärker ist, weil er hat Low-Mana-Kosten, man spielt ihn super gerne mit Blue-Buff, das heißt, Ulti, 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 Ulti. Ja. Okay, ähm, das ist ein krasser Challenge, ne, ich muss sagen, ich finde es unglaublich schwer zu predikten, aber du hattest, es gibt einen klaren Gewinner, also hau raus. Aurelion Zoll ist mit Abstand die stärkste Einheit in diesem ganzen Game, ab diesem Patch, und morgen, ich predikte es, kommt ein, äh, ein Hotfix. Also, okay. Weil 15, egal, ich brauch gar nicht anzufangen, überall gebufft, und viel zu stark. Wie spielt man den, wenn ich jetzt, äh, das Video sehe und mir denke, Body-Free-Edo will ich aber noch mitnehmen, was geht da? Ähm, du startst in der Regel mit Astral Mage, äh, gehst dann für Rise 2-Star mit Spear of Shorjin, Giant Slayer und entweder Gunblade oder noch ein Damage-Item, äh, versuchst über Silas Nami aufzubauen, äh, die immer noch sehr stark sind, und versuchst Level 8 zu pushen, im besten Falle sogar Level 9, und wenn du dann den Aurelion Zoll hittest, schmeißt du ganz schnell den Rise raus und spielst den Aurelion Zoll rein, kannst dann auch gerne von mir aus, äh, ganz viel Frontline aufbauen, wir haben gestern gesehen, äh, die Dummies haben dem ziemlich gut getan, ansonsten, äh, Orn, Silas, Lulu, Sona, äh, Aurelion Zoll, und, ja, ganz viele Einheiten, die ihn noch supporten, äh, Cell ist der auch ganz gut, Zeke ist es gut, neben ihm, nicht auf ihm. Ja, ja, wird schon, wird schon keiner, keiner wild werden, also ich bin auch mal gespannt, ich, ich muss sagen, äh, also sie gehen halt schon in die Folgen so, aber Mortox sieht ja auch, was auf Twitter geschrieben wird, und ist sich da wahrscheinlich irgendwie sicher, dass es durchkommt, ich bin sehr gespannt, ähm, ich kann mir auch vorstellen, von reinen Zahlen, die man liest, kriegt man halt Angst, ähm, fairerweise muss man sagen, sie sind zumindest dann auch immer schnell auf den Hotfix, ne, das heißt, absolut, aber das ist abliefer, muss man sagen, ja, ja, ich werde jetzt gleich sowieso in die Queue gehen, und dann werde ich, so forcen bis zum Gehtnichtmehr, ja, heute wieder plus 200 LP oder Minus. Ja, ich, ich würde es dir ja gönnen, ne, also checkt auf jeden Fall auch den YouTuber-Kanal von Mernio aus, weil vielleicht kommt da morgen und übermorgen sehr viel Aurelion-Soll-Content, und, äh, ansonsten, viel Spaß bei der Page, ne, lasst euch nicht ärgern, und, äh, ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, ne, Peace out. Bye, bye. Amen.